Wie bestelle ich bei ID33? Sie suchen einen neuen, passgenauen, maßangefertigten Handlauf, ein Geländer oder möchten sich zu Hause vor unerwünschtem Besuch mit einem Fenstergitter absichern. Sie möchten aber nicht von schlechter Qualität oder nur einem Paket aus Einzelteilen mit dünnwandigen Rohren, die weder Bohrungen noch Gewinde aufweisen, überrascht werden? Dann sind Sie gefordert, den richtigen Anbieter auszuwählen, der Ihnen die Konfiguration so anbietet, dass sie auch nachher passt und Ihren Vorstellungen entspricht. Die Suche nach einem passenden Hersteller kann jedoch ganz schön überfordernd sein. Oftmals bleiben viele Fragen unbeantwortet, weshalb Sie dabei ein ungutes Gefühl bekommen. Wir bei ID33 übernehmen gerne die Konfiguration für Sie, unterstützen Sie bei Ihrem Projekt ganz persönlich und erstellen bei Bedarf auch ein Angebot. Gehen Sie dazu einfach auf unsere Website www.handlauf-inox.de und wählen Sie die gewünschten Produkte aus. Sie haben Fragen? Senden Sie uns Ihre Anfrage mit einer Skizze und auch gerne mit Fotos von zum Beispiel Ihrer Treppe. Wir erstellen daraus bei Beauftragung eine professionelle CAD-Zeichnung. Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie auf Wunsch jederzeit ein Update zum aktuellen Stand aus unserer Fertigungshalle in Sternenfels. Ist Ihr ganz individueller Handlauf fertig, wird er durch einen Paketdienstleister bis 5 Meter Länge ausgeliefert. Oder, falls Sie gerne selbst vorbeikommen möchten, können Sie einfach einen Termin zur Abholung vereinbaren. Lassen Sie sich von unserer Qualität und unserem Service selbst überzeugen. Wir verwenden nur hochwertiges und nachhaltiges V2A Edelstahl. Unsere Rohre haben eine stabile Wandung und Füllstabmaterial gibt es bei uns auch massiv. Pfosten, Fenstergitter und Gärungsschnitte werden professionell geschweißt und anschließend säuberlich bearbeitet. Bei der Oberfläche legen wir größtes Augenmerk auf eine homogene und makellose Struktur. Bei uns erhalten Sie immer den Service, den ein zufriedener Kunde sich wünscht. Wenn Ihnen nach der Bestellung Fragen aufkommen, stehen wir parat und helfen bei nachträglichen Änderungen. Besuchen Sie jetzt unseren leicht verständlichen und bebilderten Online-Shop und treffen Sie die Auswahl für Ihre ganz individuell zusammengestellten Edelstahlprodukte. Sie möchten ein eigenes Design? Wir bieten auch Sonderanfertigungen ganz nach Ihren Vorstellungen an. Unsere Techniker sind telefonisch, per E-Mail und WhatsApp erreichbar.